Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier von Medimax in Stelling. Junge, komm bald wieder, bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder, nie wieder hinaus. Ich mach mir Sorgen, Sorgen um dich. Denk auch an morgen, denk auch an mich. Junge, komm bald wieder, bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder, nie wieder hinaus. Ich weiß noch, wie die erste Fahrt verlief. Ich schlich mich heimlich fort, als Mutter schlief. Als sie erwachte, war ich auf dem Meer. Im ersten Brief stand, komm doch bald wieder her. Junge, komm bald wieder, bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder, nie wieder hinaus. Ich mach mir Sorgen, Sorgen um dich. Denk auch an morgen, denk auch an dich. Junge, komm bald wieder, bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder, nie wieder hinaus. Vorhin die Seefahrt mich im Leben trieb. Ich weiß noch heute, was mir Mutter schrieb. In jedem Hafen kam ein Brief an Bord. Und immer schlief sie, bleib doch nicht so lange fort. Junge, komm bald wieder, bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder, nie wieder hinaus. Junge, fahr nie wieder, bald wieder nach Haus. Und du bleibst zu Haus. Corinna, 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 auf Wiedersehen. Goodbye, Corinna, Corinna, ich schreibe dir aus jedem Hafen, das Glaube mir. Tag aus, Tag aus, Tag ein, will ich treu dir sein. Corinna, 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 auf Wiedersehen. Goodbye, Corinna, Corinna, mit dir allein. Möcht' ich auf Erden, möcht' ich auf Erden, so glücklich sein. Das Blaue Meer, macht es uns so schwer. Corinna, 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 Auf Wiedersehen. Es war so wunderschön, Auf Wiedersehen. Es war so schön, Auf Wiedersehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier von Medimax in Stelling. Vor einem Jahr haben wir hier kräftig gefeiert mit mehreren tausenden Besuchern. Und es gab die große Wiedereröffnung hier bei Medimax in der Kieler Straße in Hamburg-Stelling. Und jetzt heißt es 20 Jahre Medimax. Und da sind wir natürlich wieder dabei. Denn 20 Jahre heißt 20 Jahre tolle Preise. Es gibt Prozente hier. Also ich möchte Sie heute richtig mal einladen. Und musikalische Leckerbissen vom letzten Jahr, die habe ich Ihnen natürlich auch noch mitgebracht. So werden wir Fräulein Menke erleben, wie die Gumbi-Danceband und auch viele, viele Stars mehr. Sie erfahren hier vieles, denn ich bin ihr Sherlock Holmes sozusagen, der die Preise so ein bisschen sortiert und sagt, was gibt es hier für Knüllerpreise. Sehr viel Musik dabei und wir berichten über Lotto King Karl mit Karat. Am 9. ist es soweit. Medimax präsentiert die Veranstaltung auf der Horner Rennbahn. Alles Wissenswertes gibt es dazu gleich. Wir gehen erstmal rein zum Service und erkundigen uns, was so los ist. Vorher ein bisschen Musik. Und weil hier strahlender Sonnenschein ist, habe ich für Sie natürlich die Gumbi-Danceband im Gepäck. Viel Spaß hier bei Medimax in Hamburg-Stellingen. Okay! Okay! Musik. 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 Und aus der Sommerwärme von der Gumbi-Danceband komme ich jetzt rein zu Bedimax. Musik. 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 Denn wir werden dabei sein und zeichnen für Hamburg 1 natürlich dieses Event auch mit auf in meiner Sendung. Und Sie können heute Geld sparen. Genauer gesagt, statt 33 Euro kosten die Karten nur 22 Euro, wenn Sie heute Abend anrufen. Unter der Hamburger Ticket-Hotline 728 1700. Die Aktion ist lange beendet, aber Medimax hat nochmal 100 Karten rausgekramt, die Sie hier morgen sozusagen ab Montag noch eine Woche lang erhalten können im Juni. Das heißt für 22 Euro statt 33, also unbedingt vorbeistauen. Kieler Straße ist das Ganze hier bei Medimax. Da sollten Sie hinschauen und sich die Karten statt 33 Euro für 22 Euro sichern. Das Ganze bekommen Sie auch in Wandsbek, genauer gesagt im Carré bei Medimax, dort auch an der Kasse. Eine Woche lang läuft diese Aktion mit Medimax noch, also sichern sich schnell noch die Karten zu einem Sonderpreis. Wir sehen das Plakat noch einmal. Lotto King Karl und Carsten Pape sind dabei am 9.8. auf der Horner Rennbahn. Und natürlich die Gruppe Karat darf nicht fehlen. Jetzt gehen wir ein bisschen in den Service hinein, denn dort haben wir, wie gesagt, auch tolle, tolle Informationsgäste. Vorher möchte ich Ihnen unsere Telefonnummer nochmal nennen, denn Sie können heute Abend die Karten auch telefonisch ordern. Und dann bekommen Sie sie per Post zugeschickt. Das Ganze unter der Hamburger Telefonnummer 040 728 1700. Noch einmal 040 728 1700. Zuvor etwas Musik, meine Damen und Herren. Und wen können wir hören? Natürlich Lotto King Karl und Carsten Pape. Den haben wir natürlich auch schon in der Sendung gehabt. Und die geben schon mal einen kleinen musikalischen Leckerbissen im Vorfeld. 728 1700. Dort gibt es die Karten. Rufen Sie jetzt an, wenn Sie noch mit dabei sein wollen zum Sonderpreis. Bitteschön, Lotto King Karl. Dein Vater sitzt im Zuchthaus und deine Mutter ist kleptoman. Deine Schwester steht am Bahnhof und fährt doch mit Bus und Bahn. Auf deinem Konto mehr soll als Farbe, denn du kannst nicht mehr zahlen. Und wir kennen, ja wir kennen noch ein tausend schlimme Qualen. Du sagst, ich bin nicht so gerissen und ich will mich nicht mehr hauen. Mein ganzes Leben ist beschissen. Ich will eure Hände sehen. Kommt, Leute! Hört's wie ich schweiß aus Brüche. Beim blödesten Schlager hebe ich ab. Orientierungslos, schwindelig, unverlegt, blass im Gesicht. Ich hab schon Angst, dass mein Herz zerbricht. Gesund ist das nicht. Gesund ist das nicht. Gesund ist das nicht. Liebe ist wie Malaria. Und wer kommt denn schon mit Malaria klar? Oh, Liebe ist wie Malaria. Und wer kommt denn schon mit Malaria klar? Oh, Liebe ist wie Malaria. Liebe ist wie Malaria. Liebe ist wie Malaria. Ich will euch hören. Liebe ist wie Malaria. Jetzt, wenn man ein bisschen weiter reingeht, ist man gleich in der Serviceabteilung hier bei Medimax, wo 20 Jahre natürlich kräftig gefeiert wird. Und jetzt auch, wo wir ausgestrahlt werden, noch Toppreise sind. Sie werden es ja im Laufe dieser Sendung noch erfahren. Ich hab Ihnen jetzt hier den guten Mann, Herrn Gudermann sozusagen, Hendrik Gudermann. Grüße Sie recht herzlich. Sie sind der Fachmann, der alles Kaputte wieder hinbekommt. Das müssen Sie mir ein bisschen näher erklären. Okay. Also wenn der Kunde zum Beispiel im Urlaub seine Daten verloren hat durch Formatierung seiner Speicherkarte oder ähnliches und ärgert sich quasi darüber, dass er jetzt die Fotos nicht mehr, die er aufgenommen hat, habe ich halt hier die Möglichkeit, das Ganze in dem Sinne wiederherzustellen, dass ich alles, was gelöscht wurde, quasi wiederherstelle und ihn auf einem separaten Datenträger entsprechend draufpacke. Geht das nur für Fotos oder auch für Computerdaten? Es geht eigentlich für alle gängigen Datenträger. Das sind Festplatten, USB-Sticks und natürlich auch die Speicherkarten. Also alles, was man irgendwie an einen Computer anschließen kann oder was in einem Computer drin ist, kann ich hier eigentlich wieder reparieren. Das, was ich hier im Laden nicht reparieren kann, kann ich an ein Datenrettungslabor weitergeben, wo das Ganze dann nochmal entsprechend besser gemacht werden kann, wenn es hier mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln nicht möglich ist. Also in anderen Worten, ich habe eine Hochzeit gehabt, habe tolle Bilder geschossen, die sind alle futsch. Ich komme an, sage, Herr Gudermann, sagen Sie bitte mal so gut, obwohl mit D geschrieben, machen Sie mir doch mal bitte die Bilder wieder heil. Ist das in Ordnung so? Ja, das kriege ich normalerweise hin. Wie ist die Erfolgsrate? Die ist bei 95 Prozent bei normal gelöschten Sachen, vielleicht sogar noch höher. Und man kommt einfach hier zum Service, bringt diese Speicherkarten mit und sagt, jetzt machen Sie mal. Genau, ich mache das dann soweit fertig und sobald ein Erfolgsfall eintritt, also wenn wir die Sachen wirklich wiederherstellen können, dann kann sich der Kunde die Daten anschauen und wenn das alles so ist, wie es sein soll, dann muss er erst bezahlen, solange wie das nicht zu sein oder in seinen Vorstellungen ist, braucht er das auch nicht bezahlen. Das ist kostenlos. Jetzt lüften wir das Geheimnis. Herr Gudermann, ich bitte Sie einmal an Ihren Schalthebel zu gehen, wie Sie es machen. Ich reiche Ihnen das ein, wir zeigen das mal, demonstrieren das mal. Was passiert als erstes? Ich nehme natürlich die Kundendaten auf, das heißt, entsprechend wird der Kunde hier festgehalten, es wird ein Formular ausgedruckt und entsprechend vom Kunden unterschrieben. Dann wird das Ganze entsprechend abgespeichert und dann wird entsprechend mit der Datenrettungssoftware dieser Fall wieder geöffnet. Das machen wir jetzt hier einfach mal. Wir stecken den Stick hier einmal rein, fahren die Maschine hoch. Das dauert jetzt ein bisschen, weil jetzt erst entsprechend die Datenträger überprüft werden, die gerade dranhängen. Da müssen wir jetzt so, denke ich mal, zwei bis fünf Minuten warten. Der guckt halt, ob der Datenträger noch physikalisch in Ordnung ist und dann erst wird entsprechend die Maschinerie angeschmissen. Bevor es so weit ist und wir dieses sehen, möchte ich von Ihnen natürlich noch wissen, wenn jemand die Fotos jetzt hier sozusagen reingereicht hat und bekommt sie wieder im vollen Umfang, was kostet sowas, wenn ich das jetzt zur Rettung bringe? Was muss ich da ungefähr anlegen? Das wird ja der eine oder andere Kunde gerne wissen möchten. Also die normale kleine Datenrettung von USB-Sticks, Speicherkarten und ähnlichen kleinen Datenträger, will ich es mal nennen, kostet 99 Euro. Festplatten liegen bei 199 Euro. Wenn ich es hier im Laden machen kann, dann gibt es ja noch die Festplatten, die wirklich runtergefallen sind und physikalisch defekt sind. Da muss das Ganze ins Datenrettungslabor und das liegt preislich dann bei 899 Euro. Ist auch eine Sonderkondition von der Firma Call on Track oder in Zusammenarbeit mit der Firma Call on Track. Aber Herr Guttermann, bevor die ganzen Daten futsch sind und ich nichts mehr habe, da investiere ich gerne 99 Euro oder auch ein bisschen mehr. Das ist völlig klar. Wir sind jetzt soweit. Jetzt sehen wir es. Es hat gestartet. Was passiert jetzt? Ja, jetzt wird der entsprechende Fall, den ich eben generiert habe, wird geöffnet und dann wird entsprechend quasi das Medium ausgewählt und die Daten wiederherstellung als solches gestartet. Das können wir gerade mal machen. Dann kann der Kunde auch entscheiden, ob er es möchte, ob ihm das reicht, was er wiederfindet oder ob er dann auch sagen kann, nö, das ist mir zu wenig. Also ich stelle die Daten im Regelfall wieder her und dann kann der Kunde sich die fertigen Daten angucken und die fertigen Daten bekommt er übergeben, wenn er das dann wirklich möchte und bezahlt. Ganz normal. Ist okay. Das ist ein ganz normales Geschäftsgebarge. Das ist von der Firma Call, sagten Sie vorhin schon gerade. Mit denen arbeitet ihr schon seit längeren zusammen, ne? Genau. Das ist also die größte Datenrettungsfirma europaweit, soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Die werden sich schon melden dann, ne? Ich denke auch, ja. Sind also sehr stark vertreten in dem Bereich und liefern auch wirklich eine sehr gute Qualität der Daten-Sicherung. Wunderbar. Also unbedingt mal vorbeischauen hier im Service. Da wird alles erklärt. Herr Gudermann ist der gute Mann, der halt eben alles dann wieder herstellt, was nicht nied- und nagelfest ist, war und sein kann. Das ist auch ein guter Satz. Aber auf jeden Fall sollten Sie vielleicht mit dabei sein. Lotto-King-Karl-Fan? Ja, gerne. Ich lade Sie herzlich ein. Am 9. Sind Sie dabei. Midimax präsentiert ja die Veranstaltung auf der Horner Rennbahn, wo sonst, yippie, die Pferde immer so ein bisschen laufen. Karat ist mit dabei. Die Gruppe aus dem Osten. Kennen Sie vielleicht auch ein bisschen? Über sieben Brücken musst du gehen. Ich war da vor kurzem beim Zahnarzt. Also der hat gesagt, über zwei Brücken gehen reicht bei mir schon aus. Aber die müssen über sieben Brücken gehen. Wenn Sie die Titel hören, Blauer Planet und so, kennt man glaube ich auch. Das hat man mal gehört, ja. Sie sind kostenfrei dabei, aber Sie können noch kostengünstig dabei sein, indem Sie vielleicht Montag hier zum Midimax nach Stellingen kommen und sich eine Karte für 22 Euro statt 33 Euro sichern. Die 11 Euro Differenz zahlt Midimax für Sie. Also unbedingt Geld sparen. Oder Sie rufen telefonisch heute Abend noch an und sichern sich schon und reservieren sich die Karte zum Sonderpreis. Unter Hamburg 728 1700. Noch einmal 728 1700. Ich hoffe, wir sehen uns dann auf der Horner Rennbahn im zehnten Jahr. Diesmal heißt es Rock auf der Rennbahn mit Lotto King Karl, Carsten Pape und der Gruppe Karat. Viele waren auf der Horner Rennbahn. Eine Künstlerin, die letztes Jahr hier bei eurem Wiedereröffnungsjubiläum dabei war, wird jetzt ein bisschen singen. Das ist Fräulein Menke, die vielleicht schon mal gehört? Nee, nicht wirklich. Macht ja nichts. Den werden Sie sich jetzt kennenlernen. Viel Spaß. 20 Jahre heißt das Jubiläum. Schauen Sie unbedingt vorbei in die Kieler Straße und überall, wo Midimax hier in Hamburg vertreten ist. Die Karten gibt es übrigens für Lotto King Karl auch natürlich in Wandsbek, bei Midimax in Wandsbek. Dort gibt es sie auch zum Sonderpreis, limitiert auf eine Woche. Also schnell sputen oder anrufen unter 728 1700. Vielen Dank. Jetzt kommt Fräulein Menke. Lernen Sie sie kennen. Im Tretboot, im Seenot, treiben wir ins Abendrot. Kein SOS, kein Echolot, ein Tretboot, was zu sinken droht. Im Tretboot, im Seenot, sagtest du nicht Motorboot. Zögernd gibt er zu verstehen. Schatz, es ist kein Land zu sehen. Hey, hey, so kann's gehen. Außer ihm gibt's noch mehr und mehr ist nicht zu sehen. Mit dem Fernglas am Alt spielt er den Kapitän. Oh, oh, oh. Ich werd mein Heimweh nicht los. Ich will nach Hause. Wenn nur noch eine Stunde mit ihm, dann raste ich aus. Alle jetzt! Im Tretboot, im Seenot, treiben wir ins Abendrot. Kein SOS, kein Echolot, ein Tretboot, was zu sinken droht. Im Tretboot, im Seenot, sagtest du nicht Motorboot. Zögernd gibt er zu verstehen. Schatz, es ist kein Land zu sehen. Hey, hey, SOS, will nach Hause. SOS, will hier raus. SOS, will nicht untergehen. Im Tretboot, im Seenot, treiben wir ins Abendrot. Kein SOS, kein Echolot, ein Tretboot, was zu sinken droht. Im Tretboot, im Seenot, sagtest du nicht Motorboot. Zögernd gibt er zu verstehen. Schatz, es ist kein Land zu sehen. Hey, hey, all right. Uh, uh, yeah, yeah. Im Tretboot, im Seenot, sagtest du nicht Motorboot. Zögernd gibt er zu verstehen. Schatz, es ist kein Land zu sehen. Hey, hey, SOS, will nach Hause. SOS, will hier raus. SOS, will nicht untergehen. Im Tretboot, im Seenot, treiben wir ins Abendrot. Keine SOS, kein Echolot, ein Tretboot, was zu sinken droht. Im Tretboot, im Seenot, sagtest du nicht Motorboot. Zögernd gibt er zu verstehen. Schatz, es ist kein Land zu sehen. Hey, hey, all right. Uh, uh, yeah, yeah. Uh, uh, yeah. Uh, uh, yeah, yeah. Im Tretboot, im Seenot. Dankeschön. Hier in der Musikabteilung bin ich angelangt. Da wimmelt es nur von Lotto King Karl CDs, seine neuesten Produkte. Und hier gibt es auch, nicht hier genau, aber an der Kasse, gibt es die Karten für Rock auf der Rennbahn. Sie sehen, 33 Euro kosten die Karten. Bei Medimax nur 22. Wenn Sie dabei sind in dieser Woche und sich bis Ende der Woche die Karten noch besorgen, solange der Vorrat reicht, muss ich natürlich eingeschränkt sagen. Wenn der Ansturm größer wird, dann muss natürlich eingeschränkt werden. Aber wer zuerst kommt, mal zuerst. 22 Euro die Karten. Bei Medimax in Hamburg-Wandsbek im Carré. Und natürlich hier, wo wir aufzeichnen, in der Kieler Straße. Hier direkt bei Medimax in der Kieler Straße gibt es sie für 22 Euro. Und präsentiert natürlich von Medimax. Das ist ganz klar. Also unbedingt vorbeischauen, die Karten sichern oder rufen Sie an unter 728 17 00. Hier gibt es Musik von Hamburger Künstlern. Natürlich Lotto King Karl darf mit seinen CDs nicht fehlen. Hier sind auch die neuesten Singles dabei. Die neuesten Alben von Udo Lindenberg sehe ich hier vorne. Aber auch natürlich Schnuffel ist dabei. Falls Sie noch ein bisschen kuscheln wollen, Schnuffel. Also alles ist vertreten. Und es gibt, das hat mich sehr gewundert, auch jetzt neuerdings T-Shirts hier. Und die zeigen wir Ihnen auch noch mal kurz. Und jetzt, meine Damen und Herren, gehe ich natürlich in die nächste Abteilung. Und zwar, wir sind im Fernsehen. Wir kommen aus dem Fernsehen. Und wir gehen in die Fernsehabteilung. Vorher machen wir natürlich noch was Musikalisches. Das ist aus dem letzten Sommer, wo wir hier die große Wiedereröffnung gefeiert haben. Und ich darf noch daran erinnern, schnell Karten ordern. 728 17 00. Jetzt anrufen. Wir machen jetzt noch mal ein bisschen Musik. Und dann geht es gleich weiter mit der Fernsehabteilung. Der Mann aus dem Fernsehen geht in die Fernsehabteilung. Viel Spaß. Ich möchte gerne, dass ihr aufsteht, links. Ich möchte gerne, dass ihr aufsteht. Kommt, Leute. Wir stehen immer im Stadion. Wir haben so lange gesessen. So viele Jahre. Wir stehen alle im Stadion. Wir stehen da alle und feiern den Untergang mit Al-Wadda-Nech. Ich will eure Hände sehen, Leute. Kommt. Wenn du aus Dortmund kommst, schießt ihr keine Tore. Wenn du aus der Hauptstadt kommst, scheißen wir auf dich und dein Lied. Wenn du aus Leverkusen kommst, dann lass den Torwart gleich zu Hause. Wenn du aus Schalke kommst, ist das für uns ein Hausversicht. Wenn ich weit, weit weg bin, ob bei Juve oder Rom, da denk ich Hamburg, meine Perle und singe Home Sweet Home. Die Geschichte ist so. Kommt ihr alle aus Hamburg. Wenn ihr aus Hamburg kommt, dann wollen wir eure Hände sehen. Komm, Leute. Auf den Logenplätzen. Komm, Leute. Oh, Hamburg, meine Perle. Und von der schönen Stadt. Du bist mein Zuhause. Du bist mein Leben. Du bist die Stadt, auf die ich kann. Auf die ich kann. Wenn du aus Bremen kommst, ich schütt dich hier nix zu holen. Wenn du aus Rostock kommst, bleibst am besten gleich zu Haus. Wenn du aus Korpus kommst, sing etwas weg. Wenn du aus München kommst, schieb mir dir die Lelosenhaus. Wenn ich weit, weit weg bin, in Athen oder auf dem Dom, dann denk ich an euch meine Perle und singe. Ein frisch gezapftes sozusagen. Aber das darf ich leider nicht trinken, denn ich bin ja noch im Dienst. Das wissen Sie ja von mir, dass ich grundsätzlich nicht während der Moderation schon gar nicht Alkohol trinke. Das ist ja völlig klar. Jetzt haben wir hier diese Zapfanlage und Sie fragen sich, was ist das? Ihr seid doch bei Medimax hier in Stelling. Da geht es doch nicht um Zapfanlagen. Wohl nicht gefehlt. Jetzt sind wir doch bei Medimax und wir haben Zapfanlagen. Und es geht um die Zapfanlage. Und da haben wir den jungen Kollegen da, Herr Guduscheid. Herzlich willkommen. Dennis, darf ich sagen in diesem Falle, er ist der Experte hier in Sachen Panasonic, in Sachen Fernseher. Und da habt ihr euch eine tolle Aktion überlegt. Erstmal herzlich willkommen. Hallo, schönen Tag. Wir wollen ein bisschen beschreiben, um welche Fernseher geht es jetzt hier speziell? Wir sprechen zurzeit den Full-HD-Bereich von Panasonic sehr stark an. Und da haben wir eine ganz tolle Aktion jetzt geplant. Nämlich, das heißt, bei jedem Kauf eines Full-HD-Gerätes bei uns im Hause, wo gleichzeitig noch ein Panasonic-DVD-Recorder mit zugenommen wird, gibt es eine schöne Bier-Zapfanlage mit Fass, passend zur EM dazu. Zur EM ein super, super Highlight. Das heißt, Sie kaufen einen Fernseher jetzt hier, egal welche Marke? Panasonic ist da oberstes Prinzip leider nur. Und in dem Fall in der Kombination Full-HD-Gerät mit DVD-Rekorder dann. Wir haben diese Zapfanlage schon mal kurz eingeblendet. Die gibst du drauf zu. Und die hat ja auch einen ganz guten Wert. Selbst die Zapfanlage an sich mit Fass kommt so in den 200-Euro-Bereich gut rein. Definitiv. Und das ist schon eine schöne Sache, so für den Sommer. Und Fass ist dabei, ne? Fass ist mit drin, ja. Leckeres, schönes Bier. Wunderbar. Also sollten Sie unbedingt zuschlagen. Also wenn Sie geplant haben, doch ganz kurzfristig, die EM läuft ja, noch einen wunderschönen Fernseher sich zu kaufen und dann natürlich das Zusatzgerät, dann sind Sie dabei und Sie bekommen eine Zapfanlage. Und das Ganze ist limitiert, glaube ich, auf eine Woche erstmal, ne? Eine Woche machen wir damit, ja. Also ab Montag genau, wo Sie auch unsere Karten kriegen von Medimax ja präsentiert. Rock auf der Rennbahn. Die können Sie natürlich auch hier vorne noch kaufen für 22 Euro. Medimax präsentiert ja Lotto King Karl, Carsten Pape und natürlich die Gruppe Karat. Die Karten gibt es bis Ende der Woche auch noch. Und jetzt natürlich die Fernseher. Es lohnt doppelt hierher zu kommen zu Medimax nach Hamburg-Stellingen. Mal kurz beschreiben, sind Sie auch Stellingen hier aus der Ecke? Nein, gar nicht leider. Gar nicht, aber Sie wissen, wie Sie morgens zur Arbeit kommen, ne? Das auf jeden Fall immer, ja. Also über die Autobahn ist das ganz leicht zu erreichen, denn Sie fahren ja an den Autobahnzubringer und dann kommen Sie raus. Ganz kurz zu den Fernsehern, was sind die Trends, was können Sie da nettes uns erzählen? Ja, Flachbildschirm ist zurzeit auf jeden Fall der Trend im Vormarsch auf jeden Fall. Full HD ist jetzt so die neueste Technologie, das bestdarstellbare Bild, was es überhaupt gerade gibt am Markt. Wunderbar, wir zeigen auch noch mal die Bilder dazu. Wunderbar, hier läuft gerade ein bisschen was, ein Testbild. Und da sieht man natürlich auch mal, was alles so, wie die Farbe auch toll ist. Das hat sich in den Jahren wirklich toll verbessert, ne? Ja, also farbmäßig an sich, kontrastmäßig ist das um einiges besser geworden gegenüber den Röhrengeräten, die man ja von früher kannte. Und natürlich auch die Dimension, dass es um einiges größere Bilder, jetzt also richtig schon Kino-Leinwand-Feeling, sag ich mal, ins Wohnzimmer nach Hause gebracht wird. Wunderbar, also hier sind die Bilder. Wir freuen uns. Dankeschön für das nette Interview. Sie sollten jetzt zuschlagen und wir klopfen noch einmal richtig schön für Sie, wenn Sie mit der Zapfanlage nach Hause gehen möchten. Dann sollten Sie sich, wie gesagt, einen Fernseher und was noch kaufen? Einen DVD-Rekorder von Panasonic. Wunderbar, also irgendwie hat Panasonic mit der Sache was zu tun. Aber völlig nebenbei, Panasonic ist ja auch eine gute Firma, ne? Definitiv, sehr empfehlenswert. Nichts Verkehrtes sagen. Okay, also vorbeischauen hier, Medimax, Kieler Straße. Eine Woche läuft diese Aktion, eine Zapfanlage in Höhe von 200 Euro, gibt es schwuppdiwupp mit gratis dazu. Die Karten gibt es auch, jetzt machen wir ein bisschen Musik vom letzten Jahr. 20 Jahre wird ja hier gefeiert, immer noch 20 tolle Wochen. Medimax feiert bundesweit und natürlich in der Kieler Straße auch. Also schauen Sie mal vorbei in die Figiale hier in die Kieler Straße. Nicht nur die Fernsehaktion, sondern auch unsere Eintrittskarten mit Lotto King Karl und mit Carsten Pape und mit der Gruppe Karat. Für 22 Euro gibt es hier an der Kasse. Und vielleicht nehmen Sie sicher dann noch ein Fernsehgerät mit und die Zapfanlage noch nebenbei. Die nächste Gartenparty wird es Ihnen danken. Ich danke Ihnen, Herr Gutescheid. Alles Nette, alles Gute. Und wir gehen noch mal ein bisschen weiter und schauen uns weitere Eindrücke an. Vorher aber ein bisschen Musik aus dem Vorjahr. Bitte sehr. Ich rauche nicht, ich trinke nicht, na höchstens an Geburtstag. Da schlag ich zu, ganz fürchterlich, obwohl ich ja kein Durst hab. Schön Silvester mal, das seckt ne Kiste Wein zu Neujahr. Och Whisky, der mir ja nicht schmeckt, zur Not, weil nischt mehr da war. Trotzdem reiht mein Geld nicht aus, ist futsch und natt drei Tage. Mit Arm wie Sohle, Kirchenhaus, drum stell ich mal die Frage. Wo ist mein Geld losgeblieben? Und? Wo, 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 wo denn die Tage ziehen? Wo, wo, wo? Nur hört es sich erfrieren durch die Nacht und führt von Fremden kurz und kleine Macht. Ich geh nicht aus, sitz nur zu Haus, mach höchstens mal ein Bummel. So durch die Läden, rein und raus, kauf er ja ein Dutzend Fummel. Na schön auch mal ein Plastenherz, der speichelt ungeheuer. Ich hab für Tiere eben Herz und ist auch jahrlich teuer. Trotzdem reiht mein Geld nicht aus, ist futsch und natt drei Tage. Bin Arm wie Sohle, Kirchenmaus, komm stell ich mal die Frage. Wo ist mein Geld losgeblieben? Denn die reihe mir mal. Wo, 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 wo werden die Tage jetzt fliehen? Wo, 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 nur hört es sich erfrieren durch die Nacht und wird von Fremden kurz und klein gemacht. Ich geh nicht mehr nischt, ich leist man nischt, sich höchstens mal ne Molle. Und bin ich dann nicht mehr ganz frisch, fährt die Trabi meine Rolle. Der Wagen ist nur leider Schrott seit unserer letzten Reise. Die Werkstatt macht mir alle flott für ganz kulante Preise. Trotzdem reicht sein Geld nicht aus, ist futsch und natt drei Tage. Bin Arm wie Sohle, Kirchenmaus, komm stell ich mal die Frage. Wo ist mein Geld losgeblieben? Wo, 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 wo werden die Tage jetzt fliehen? Wo, 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 nur hört es sich erfrieren durch die Nacht und wird von Fremden kurz und klein gemacht. Ich frag mal, wo ist mein Geld losgeblieben? Wo, 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 wo werden die Tage jetzt fliehen? Wo, wo, wo? Ich war eben noch mal in der Computerabteilung. Dort kann ich Ihnen gleich ein Leckerbissen empfehlen, sozusagen. Aber, denn wir haben die Module spielen verrückt. Sie wissen ja, unser Duo mit den Modulen, die werden gleich noch mal kommen hier zu Ihnen. Vorher noch mal, Herr Gudo Scheidt, ich muss noch eines von Ihnen wissen. Sie haben noch spontan eine Aktion reingeschoben. Und zwar, wie werde ich meinen alten los? Nicht meinen alten, mein Vater vor kurzem Geburtstag, den meine ich nicht, aber meinen alten Videorekorder. Wie werde ich Ihnen los? Ja, ganz besser. Einfach wobei kommen. Und wir entsorgen ihn gerne für Sie. Und wir geben Ihnen sogar noch 50 Euro beim Kauf eines neuen DVD-Rekorders in unserem Haus, egal welche Marke, noch mal oben drauf. Das müssen Sie mir noch mal erklären. Ich komme jetzt mit meinem alten DVD-Rekorder an, der völlig daneben ist und auch kaputt ist. Den gebe ich ab. Und wie viel kriege ich gut geschrieben? Den Videorekorder. Wir nehmen den Videorekorder ja. Und Sie kriegen 50 Euro von uns, dann dementsprechend würden Sie sich ein neues Gerät bei uns aussuchen, also einen DVD-Rekorder, egal welche Marke, den kriegen Sie einfach erstattet bei uns. Einfach so. Wenn da jetzt in dieser laufenden Woche, denn es ist ja auf die Woche limitiert, 100 Leute mit Ihrem alten Gerät ankommen, dann zahlen Sie aus bzw. verrechnen? Wir verrechnen direkt mit dem Neugerät hier am Ort, was wir gerade verfügbar haben natürlich dann dementsprechend. Und wenn es ein bisschen mehr, dann müssen Sie hier von der Recyclinghofstellung mal gerne was abholen bei uns. Das ist super. Also Zapfanlage können Sie bekommen, wenn Sie ein schönes Fernsehgerät und Zusatz kaufen. Und natürlich die Eintrittskarten auf dem Kopf, hoppla, gibt es auch vorne an der Kasse zum Sonderpreis noch auch in dieser Woche. Und als drittes, Sie bringen Ihren alten Videorekorder mit und geben den ab und bekommen da auch noch 50 Euro für. Ein Wahnsinn. Drei gute Gründe, um vorbeizuschauen hier bei Medimax in der Kieler Straße in dieser WM-Woche. Und viele, viele tolle Angebote, denn Sie wissen ja, 20 Jahre gibt es Medimax hier in Stelling. Ich danke Ihnen recht herzlich. Ja, danke auch. Vielen Dank. Und jetzt spielen die Module wirklich verrückt. Bitteschön. Ich bin total verliebt, voll auf Liebe programmiert mit Gefühlen. Schalt mich ein und schalt mich auf. Die Gefühle müssen raus. Ganz egal, was dann passiert. Ich brauch Liebe. Sind Gefühle Sind Gefühle Nicht verboten Nicht verboten Was ist Liebe Was ist Liebe Was ist Liebe Was ist Liebe Vibrationen Die Magneten Die Magneten Die Magneten Zieh mich magisch an Nee, zieh mich an Die Module spielverrückt Mensch, ich bin total verliebt Voll auf Liebe programmiert Mit Gefühlen Schalt mich ein und schalt mich auf, die Gefühle müssen rauf. Ganz egal, was dann passiert, ich brauch Liebe. Computer, ich will. Die Module spielen verrückt, Mensch, ich bin total verliebt, voll auf Liebe programmiert mit Gefühlen. Schalt mich ein und schalt mich auf, die Gefühle müssen rauf. Ganz egal, was dann passiert, ich brauch Liebe. Die Module spielen verrückt, Mensch, ich bin total verliebt. So langsam neigt sich unsere Sendung dem Ende. Ich habe Ihnen versprochen, ich habe noch einen Computertipp bzw. Laptop-Tipp. Gucken Sie mal hier, Schnapszahl 5,55. Das ganze Gerät hier, wenn man das mal vor Jahren gehört hätte, dass es für 5,55 es diesen tollen Computer gegeben hätte, also ein Laptop für den Preis, da hätte ich gesagt, packt mir das Ding bitte ein. Das ist ganz klar. Sie können sich auch Karten einpacken lassen, denn 20 Jahre heißt es hier bei Medimax gute Unterhaltung und tolle Preise. Zu Tiefstpreisen wird hier alles angeboten, weil 20 Jahre wird natürlich kräftig gefeiert. Und wir haben Rock auf der Rennbahn, das wissen Sie alle, Rock auf der Rennbahn, 9. August. Das Ganze sind wir auf der Horner Rennbahn mit Lotto King Karl, mit Carsten Pape und der Ostgruppe Karat und vielen Mitwirkenden mehr. Wir sehen uns auch, ich werde für Sie moderieren. Und die Karten, die Sie gesehen haben, die bekommen Sie dort an der Kasse bei Medimax noch in dieser Woche. Das heißt, bis zum Ende der Woche gibt es Sie für 22 Euro oder Sie rufen an unter Hamburg 728 17 00. Ich hoffe, wir sehen uns wieder bis zum nächsten Mal. Die nächste Sendung kommt dann aus Bad Nennendorf. Da war ich mit meinen Schlagerstas und da werden Sie dann auch eine schöne Sendung noch vor der Horner Rennbahn erleben. Ich freue mich auf das Ereignis der Horner Rennbahn und auf die nächste Sendung, die im Juli läuft um 19.30 Uhr auf Hamburg 1. Schalten Sie ein. Vielen Dank, Ihr Andreas Ellermann. Bis zum nächsten Mal. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Alle Männer sind an Bord, es wird nur der Kapitän. Holla hi, holla ho, holla hi, holla ho, holla hi, holla ho, holla hi, holla ho, holla hi. Holla hi, holla ho, 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 holla hi. Eine Seefahrt, die ist lustig und die Mädels, die sind schön Und zu Hause lassen wir uns einfach gar nicht wiedersehen Holla hi, holla ho, holla hi, holla ho Holla hi, holla ho, holla hi, holla ho Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise Nimm uns mit in die weite, weite Welt Wohin geht, Kapitän, deine Reise Bis zum Südbold, da langt unser Geld Nimm uns mit, Kapitän, in die Ferne Nimm uns mit in die weite Welt hinaus Fährst du heim, Kapitän, fahren wir gerne In die Heimat, zu modern nach Haus Fährst du heim, Kapitän, fahren wir gerne In die Heimat, zurück nach Haus Das kann doch einen Seemann geschüttern Keine Angst, keine Angst, Rosmarie Wir lassen uns das Leben nicht verbitten Keine Angst, keine Angst, Rosmarie Und wenn die ganze Erde piept Und die Welt sich aus den Angeln hebt Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern Keine Angst, keine Angst, Rosmarie Hei- air-iği Äh Will, Älle, Mann Ja, hier ist sie heute wieder Unsere Hitbaraden Show Mit dem Älle, uns an Älle Heute gibt es wieder Schlager, Bank-Frirollis und noch mehr Mit dem Älle, uns an Älle Untertitelung des ZDF, 2020